Wer war Satoshi Nakamoto wirklich? Drama um Zentralisierung bei Ethereum und Aave und die AI-Coins kommen. Das und mehr in dem Crypto Talk diese Woche. Diese Woche sprechen wir über Satoshi Nakamoto, den Ersteller und Erfinder von Bitcoin. Da gibt es nämlich ein spannendes Update. Wir werden dann über Innovation und Drama im Bereich Ethereum sprechen. Dann springen wir in den DeFi-Bereich, schauen uns Aave ein bisschen genauer an und zum Schluss sprechen wir noch über die AI-Coins, welche zum Beispiel Render und Near auch inkludieren. Aber wir sprechen als erstes mal über diesen Dokumentarfilm von Colin Hoback. Er hat nämlich einen Dokumentarfilm gedreht, der in ein bis zwei Tagen herauskommen soll. Also wenn Sie dieses Video sehen, ist er eventuell schon draussen. Und in dem Film wird behauptet, man wisse, wer Satoshi Nakamoto wirklich sei. Als Backstory Satoshi Nakamoto, Mann, Frau, Organisation, Firma oder Regierung, niemand weiss es so genau, hat sich vor einigen Jahren, also kurz nach dem Start des Projekts, eigentlich zurückgezogen und sich als Person aus dem kompletten Bild verschwinden lassen. Seither gibt es natürlich Wallets von Satoshi, die mit Millionen gefüllt sind, wenn nicht sogar Milliarden US-Dollar. Das ist eines der reichsten Personen der Welt. Wurden die Wallets allerdings nicht mehr bewegt. Und das hat einen riesen Vorteil. Das würde dann so ein bisschen die Balance bei Bitcoin natürlich nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Auf der anderen Seite könnte es auch bedeuten, wenn diese HBO-Dokumentarfilm-Serie effektiv herausfindet, wer Satoshi wirklich ist, dass man schlussendlich die Person auch zwingen könnte, zu beweisen, dass sie Satoshi ist. Der Wettenmarkt Polymarkt sagt da ganz klar, wir wissen, wer es ist. Es muss Nick Sabo sein. Und das kommt, nachdem lange eigentlich Len Sassaman hier an der Spitze gewesen ist, weil man davon ausgegangen ist, dass es Len Sassaman sein könnte. Allerdings hat dann Colin Herbeck ein Interview gegeben oder ein Statement auf Social Media, bei welchem er gesagt hat, als wir die Person konfrontiert haben. Und das würde Len Sassaman ausschliessen, weil er leider 2011 Suizid begangen hat. Das heisst, Len Sassaman, Hal Finney sind verstorbene Leute auf dieser Liste. Und dann haben wir, wie gesagt, Nick Sabo noch, die natürlich auch im Bereich Kryptografie und Informatik sehr, sehr bekannt sind und entsprechend oft eigentlich mit diesen Gerüchten in Kombination gesetzt werden, dass sie effektiv Satoshi seien. Auf dem Chart hat das aber insofern einen Einfluss, dass wir jetzt hier konkret folgendes Bild sehen. Wir sehen nämlich, dass eine ganz klare Trendlinie hier im Daily vonstatten geht. Und was wir hier sehen möchten, ist eigentlich dieser Cross bei 67, entschuldigen Sie, 1000 US-Dollar, die wir ganz sauber crossen müssten, um dann in Richtung Allzeit hochzugehen. Das sollte idealerweise in den kommenden Tagen passieren. Wie gesagt, jetzt in Richtung Wahlen wird wahrscheinlich auch der Hype steigen, also auch die Preise. Und demnach werden wir sehr wahrscheinlich hier einen spannenden Preiskampf in Richtung 67.000 US-Dollar sehen. Springen wir zu Ethereum und sprechen über EIP 7781. Was bedeutet das? Ethereum Improvement Proposal. Und konkret sprechen wir hier von Blockzeiten, die reduziert werden von 12 Sekunden auf 8 Sekunden. Dann sprechen wir über die Data Blobs. Von 6 Data Blobs auf 9 Data Blobs. Und die Dexes, das sind die dezentralisierten Börsen, die werden um 1,22 mal mehr effizienter. Das ist im Idealfall. Das heisst, wir möchten oder die Ethereum Community möchte, dass es langsam aber sicher schneller wird und günstiger wird. Auf der einen Seite lässt Ethereum da natürlich auf sich warten und die Kontroverse schürt an solche Gerüchte wie dieses hier. Da kam es zu einer interessanten Diskussion auf Social Media. Nämlich Eric Balchunas, den Reporter von Bloomberg, den wir ja während der ETF-Zeit so ein bisschen kennengelernt haben, hat hier einen mittlerweile gelöschten Tweet geteilt, bei welchem er gesagt hat, Ethereum sei nicht so sicher wie Bitcoin. Und zitiert da aus einem Buch, bei welchem man sagt, dass man rein theoretisch bei Amazon, wenn man die US-Regierung ist, bei Amazon anklopfen könnte und sagen könnte, schalte jegliche Ethereum-Validatoren ab. Und das wären dann etwa 30% der gesamten Validatoren. Jetzt in Theorie stimmt das eventuell, aber in der Praxis wird es sehr wahrscheinlich anders aussehen und sehr ähnlich wie bei Bitcoin. Wir erinnern uns zurück, vor zwei, drei Jahren hat es in China den Bitcoin-Mining-Ban, also das Verbot gegeben und dort ist dann ein grosser Teil der Hashing-Power einfach in ein anderes Land gewandert. Also Kasachstan, Argentinien, Albanien, Island etc. Also all diese Länder haben davon profitiert, dass die Bitcoin-Miner eigentlich umgezogen sind. Und ich behaupte, etwas Ähnliches würde in diesem Fall passieren. Das heisst, selbst wenn Amazon von heute auf morgen jegliche Validatoren zumachen würde, würden einfach die anderen davon profitieren. Des Weiteren muss man natürlich auch darüber diskutieren, dass Ethereum ein gewisses Interesse daran hat, diese Statistik hier weiter zu dezentralisieren. Das heisst, im Idealfall sieht es eher wie bei diesem linken Drittel aus als bei dem rechten. Das heisst, wir haben mehrere hundert ganz verschiedene grössere und kleinere Validatoren hier in einem farbigen Mix. Das wäre der Idealfall. Für den Ethereum-Kurs bedeutet es nach wie vor jetzt keine grosse Änderung. Was wir hier ganz klar sehen möchten, ist dieser Cross bei 2800 US-Dollar. Sollte das nicht passieren, werden wir hier immer noch in diesem Bereich von knapp 2100 bis etwa 2800 herumdümpeln. Idealerweise nicht tiefer natürlich, aber ich glaube, diese Zone, die muss jetzt endlich mal sauber durchbrochen werden und das idealerweise nach den Grayscale-Abverkäufen. Und apropos Grayscale, wir müssen auch über Aave sprechen. Aave, der grösste DeFi oder einer der grössten DeFi-Tokens, sicherlich auch basierend natürlich auch auf Ethereum, hat nämlich einen eigenen Aave-Trust bekommen. Grayscale-Aave-Trust vor einigen Tagen und das zeigt auch ganz klar, Grayscale möchte auch in Aave mit investieren. Aave ist, muss man da auch ganz klar sagen, eines der best-performendsten Assets. Dieses Jahr 162% Year-to-Date-Performance zeigt ganz klar, die Leute setzen auf Aave. Und zu Recht muss man dabei auch sagen, denn Aave hat vor allem in den Kryptokrisen eigentlich wirklich problemlos funktioniert und auch skaliert. Das heisst, FTX-Krise, Terra-Luna-Krise, Bankenkrise, Silicon Valley Bank und so weiter. Aave hat einfach funktioniert als Lending-Protokoll. Das bedeutet auch Aave momentan spannender Coin sicherlich. Was wir hier allerdings sehen möchten, ist beim Wochenchart ein sauberer Bounce bei den knapp 140 US-Dollar und dann den Swing-Trade in Richtung 245 US-Dollar zu nehmen. Das wäre so ein bisschen meine These. Dann sprechen wir über AI-Coins. Spezifisch können wir eigentlich hier über diese Grafik sprechen. Die AI-Coins haben nämlich in den letzten 30 Tagen zwischen zwei, teilweise sogar dreistellige Prozentsätze zugelegt. Ganz klar, dass hier ein Interesse für AI-Coins vorliegt. Eines der Gründe wäre sicherlich der Grayscale Decentralized, AI-Trust, den sie aufgebaut haben, bei welchem übrigens auch Render mit drin ist, aber auch Near, welche man auch, oder auch Graph und ich glaube da auch Filecoin sollte man auf SwissCode traden können. Also schauen wir hier ganz kurz. Wir haben Filecoin, genau. Wir haben The Graph sollte auch hier irgendwo sein. The Graph Render. Also kann man die eigentlich alle schön auch mittraden und davon profitieren. Aber es ist nicht nur das, sondern es ist auch der allgemeine Mindset der Investoren, die sagen, AI, Bitcoin und Krypto, das könnte eine spannende Kombination sein. Und ich habe schon immer gesagt, dass es wirklich, wirklich spannend wird, sobald Krypto und AI zusammenfliessen. Brian Armstrong, der CEO von Coinbase, hatte diesbezüglich vor einigen Wochen ein spannendes Beispiel geteilt von diesen Krypto-AI-Agents, bei welchen er sagt, das Spezielle an diesen AI-Agents momentan sei halt, dass sie noch keine Transaktionen durchführen können, weil wir dieses Konzept oder quasi diese Infrastruktur noch nicht haben. Und da könnte genau Krypto andocken und ganz klar auch zeigen, hey, du kannst hier ein Wallet haben. Ich lade das Wallet auf mit 500 US-Dollar und dann kannst du einen Flug buchen, du kannst ein Hotelzimmer buchen und das alles mit Hilfe von AI. Ich glaube, das könnte eine wirklich sehr, sehr spannende Geschichte werden und deshalb performen die Assets entsprechend auch gut. Auch bei Render sehen wir ganz klar diese Head & Shoulders Formation und dann auch noch die Trendlinie. Also ich glaube, wenn es bei der Trendlinie zu einem Bounce kommt, dann wäre die nächste Stufe, in welche Richtung wir das traden könnten, in Richtung 7 US-Dollar, später dann knapp 8 US-Dollar und dann in Richtung 11 US-Dollar. Das wären so meine Trading-Ziele für Render. Das war's vom Krypto Talk diese Woche. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Machen Sie es gut und bis dann. – Bis zum nächsten Mal. – SousiDR 2021 – SousiDR 2021 – SousiDollar Vielen Dank.